Wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten? Das ist eine Frage, die wir jeden Tag hören und hier kommt die Antwort. Mein Name ist Björn Scheer, herzlich willkommen zu diesem Video und jetzt erkläre ich euch, worauf ihr achten müsst. Punkt 1 ist, es gibt zwei Arten von Budgets, was viele nämlich vergessen. Das eine Budget, was wir eigentlich immer als erstes hören wollen oder die Frage, die wir bekommen, ist, wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten? Dabei geht es meistens um den Punkt, wie viel Geld würde uns die Bank geben in unserer jetzigen Situation? Nun, grundsätzlich richtige Fragestellung. Der Punkt ist, zu welchem Zeitraum, zu welchem Zeitpunkt stelle ich diese Frage? Wichtig ist natürlich am Anfang erstmal zu wissen, was kann ich mir leisten? Doch das zweite Budget ist mindestens mal genauso wichtig, nämlich das monatliche Budget, die Rate, die wir nachher haben. Aber fangen wir bei dem ersten Budget an. Also, wenn ihr gerade dabei seid, euch zu informieren, wie viel könnt ihr euch leisten, dann kann man so ein Budget zumindest mal grob eruieren. In den meisten Fällen geht es dann einfach darum zu gucken, wie viel Geld würde mir eine Bank leihen in meiner Situation? Das wiederum ist von mehreren Faktoren abhängig. Das Gegenstück, das Pendant zu dem Geld, was euch die Bank gibt, ist ja die Immobilie. Das heißt, der Gegenwert zu dem Geld, was ihr bekommt, ist die Immobilie samt Grundstück für die Bank. Deswegen ist es natürlich per se schon mal wichtig, dass die Immobilie einen maximalen hohen Marktwert hat, dementsprechend für die Bank auch interessant ist. Beispiel, wenn ihr irgendwo mal ein bisschen weiter aufs Land fahrt, egal wo ihr in Deutschland euch befindet, und ihr fahrt immer weiter raus, weiter raus, dann werden ja logischerweise die Quadratmeterpreise sinken und auch die Bodenrichtwerte. Wenn wir jetzt einen Bodenrichtwert haben, zum Beispiel von 100 Euro den Quadratmeter, und ihr wollt euch dort ein Grundstück kaufen von 1000 Quadratmetern, dann wären das ja dementsprechend 100.000 Euro, die das Grundstück an Wert hat. Wenn jetzt der Verkäufer 200.000 Euro für dieses Grundstück haben möchte, dann möchte er ja eigentlich doppelt so viel haben, wie der Bodenrichtwert erstmal hergibt. Das ist für die Bank natürlich eine Herausforderung. Warum ist es eine Herausforderung? Weil sie euch viel, viel mehr Geld geben würde, als sie als Sicherheit, als Gegenwert bekäme. Und wie tickt die Bank einfach nur fürs Verständnis? Die Bank guckt natürlich immer, natürlich ist es gar nicht, aber die Bank guckt, was ist der Worst Case? Und der Worst Case ist, ihr könnt die Rate für diese Finanzierung nicht mehr bezahlen und die Bank müsste das Grundstück, die Immobilie, whatever, in die Zwangsversteigerung geben. Im schlimmsten Fall rechnen sie dort mit 50% des Marktwertes. Heißt also folgendes, ihr bekommt 200.000 Euro, habt einen Wert von 100.000 und die Bank rechnet im schlimmsten Fall mit 50%, sprich 50.000, was sie im Worst Case bekäme. Und da seht ihr schon den ersten Punkt, warum es so wichtig ist, dass der Wert der Immobilie optimalerweise auch zu dem Marktwert passt, also den Gegenwert, den ihr der Bank gebt. Weil wenn ihr 50.000 Euro im Worst Case noch an Wert habt, aber 200.000 Euro bekommen, dann wird die Bank damit nicht d'accord gehen. Also, das ist jetzt ein bisschen ein einfach dargestelltes Beispiel, aber wichtig ist, der Wert der Immobilie muss zur Finanzierung passen. Das ist beispielsweise heutzutage ein wichtiger Punkt, weil ja momentan die Nachfrage wesentlich höher als das Angebot ist und deswegen sind ja die Immobilienpreise auf so einem Peak, auf so einem Maximum, wo sie sich gerade bewegen. Und das ist natürlich auch, das haben wir tagtäglich die Herausforderung in manchen Fällen, dass einfach die Kaufpreise viel, viel höher sind, ob Grundstück oder mit Häuschen drauf, erstmal egal. Aber dass die Preise natürlich viel, viel höher sind, als der Marktwert widerspiegelt. Wie kann man das ausgleichen natürlich zum Beispiel durch Eigenkapital? Das heißt, man könnte sagen, wenn ich jetzt beispielsweise ein Häuschen kaufen möchte, was normalerweise mit Grundstück 400.000 Euro wert hat, aber der Verkäufer möchte gerne 500.000 Euro dafür haben, was super easy gerade möglich ist, dann haben wir also eine Differenz von 100.000 Euro. Diese 100.000 Euro könnt ihr durch Eigenkapital darstellen. Jetzt frage ich euch, wie viel kriegen das hin? Die seltensten Fälle wird das möglich sein. Aber gerade in Schleswig-Holstein und in Hamburg gibt es halt den super Vorteil, dass wir Förderbanken haben, die in den zweiten Rang des Grundbuches gehen. Das heißt, die sozusagen dieses Eigenkapital faktisch mal darstellen. Okay, ich will jetzt gar nicht zu tief in die Materie reingehen. Fakt ist aber, der Wert des Objektes ist ganz, ganz entscheidend. Zweiter Punkt, was das Budget logischerweise auch beeinträchtigt. Die Bank schaut sich natürlich auch an. Könnt ihr euch dieses Volumen, dieses Budget, was wir euch geben würden, könnt ihr euch das überhaupt leisten? Und nicht nur Stand heute, sondern was ist nach der Zinsbindung? Beispiel. Ihr macht jetzt eine Finanzierung und macht eine Zinsbindung von 15 Jahren. Dann schaut sich die Bank an, was ist in 15 Jahren, nimmt eine sogenannte Stressannuität und sagt, ey, wenn der Zins jetzt wieder steigt von 2 auf meinetwegen 6 Prozent im krassesten Fall und ihr tilgt noch 2 Prozent, dann wäre die Annuität bei 6 Prozent. Das heißt, die Bank guckt, könnt ihr euch dieses Objekt in 15 Jahren mit dem Gehalt von heute, das rechnen sie nämlich nicht hoch, könnt ihr euch dieses Objekt in 15 Jahren leisten, wenn der Zins wieder theoretisch auf ein höheres Maß angestiegen ist. Habt ihr dort eine Unterdeckung, muss man das ausgleichen. So fallen schon mal viele Banken raus. Der zweite Punkt, wo die Bank genau hinschaut, was euer Einkommen betrifft, ist das Thema Rente. Rente heißt, die Bank ist verpflichtet, wenn ihr in die Rentenphase hineinfinanziert, zu schauen, könnt ihr euch die Finanzierung auch in der Rentenphase noch leisten. Das ist der Grund, warum wir bei vielen Kunden, auch vermehrt bei jüngeren Kunden, immer häufiger das Thema Renteninformation, private Rente, betriebliche Rente mit eingeben müssen. Also, das Budget, was ihr von der Bank bekommt, ist jetzt mal von diesen beiden Hauptfaktoren abhängig. Einmal das Thema, was hat das Objekt für einen Wert? Zweitens, wie ist das Einkommen? Und natürlich zählt zum Einkommen auch irgendwo der Bereich Eigenkapital, nicht wahr? Wie viel Eigenkapital bringt ihr mit? Wie viel Eigenleistung macht ihr an dem Haus selber? Verlegt ihr Böden? Streicht ihr die Wände? Baut ihr das Dach aus? Was macht ihr selber? Denn Eigenleistung ist in den meisten Fällen wie Eigenkapital anzusehen. Okay? Also, einmal das Budget, was gibt dir die Bank? Da kann ich euch empfehlen, klickt mal bei uns rein in den Budgetrechner. Den Link packe ich euch entweder unten rein oder hier ins Video. Und guckt doch einfach mal auf unserer Seite innerhalb von 10 Sekunden, indem ihr so 2-3 Sachen eingebt, wie viel Budget bekommt ihr überhaupt? Und was würde euch die Bank als Budget, als Volumen zur Verfügung stellen? Das viel, viel wichtigere Budget ist aber das zweite, nämlich das Budget der monatlichen Rate. Wisst ihr, aus meiner Erfahrung ist es relativ simpel. Ihr werdet den Kaufpreis vielleicht nicht, aber ich zum Beispiel weiß aktuell gar nicht mehr, was ich von Zins bei mir zu Hause habe, wenn ich ehrlich bin. Also, ihr werdet viele Dinge der Finanzierung vergessen. Eine Sache verspreche ich euch, die werdet ihr niemals vergessen, weil ihr nämlich jeden Monat daran erinnert werdet. Das ist die Rate. Und die Rate geht jeden Monat von eurem Konto ab. Und das tut entweder weh oder es tut nicht weh. Deswegen sage ich immer, der limitierende Faktor bei einer Finanzierung ist nicht der Zins, die Zinsbindung und so weiter und so fort. Sondern per se ist es primär mal das Budget, was wir zur Verfügung haben, was das Einkommen betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, dass in den meisten Fällen, gerade wenn jung gekauft wird, das Thema Elternzeit noch eine Rolle spielt. Vielleicht einmal, vielleicht zweimal, drei- oder viermal, fünfmal. Das bleibt ja jedem selber überlassen. Also von daher könnt ihr ja so viele Kinder bekommen, wie ihr wollt. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir das mit einplanen bei euch in die Budgetplanung von der monatlichen Rate. Also wie viel Immobilie kann ich mir leisten, ist auch davon abhängig. Was habe ich von Einkommen, von Haushaltsnettoeinkommen? Was habe ich für Ausgaben? Und was für Veränderungen sind vielleicht zu erwarten in den nächsten 30, 40 Jahren? 20, 25, je nachdem, wie lange ihr so ein Haus abbezahlen wollt. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Und worauf müssen wir achten? Ich habe letztens einen Fall gehabt, da war es eben genau so. Pärchen, noch keine Kinder, die sind jetzt ein bisschen dabei. Dann kann man zum Beispiel so eine Elternzeit wunderbar durch so einen Tilgungssatzwechsel ausgleichen, indem man guckt, ich gehe jetzt vielleicht von 3%, die ich jetzt habe, runter auf 2%, spare mir ein bisschen an Tilgung nachher bei der Bank und kann somit die Elternzeit schon mal gut überbrücken. Also schaut unbedingt, wenn es um das Thema Budget geht, wenn es um das Thema, wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten geht, schaut nicht nur darauf, wie viel Geld würde euch die Bank geben, was oftmals viel mehr ist, als euch nämlich gut tut. Zweiter Punkt nämlich, schaut unbedingt darauf, wie viel könnt ihr euch leisten, wie viel wollt ihr euch leisten und sucht euch jemanden, so wie ich, der euch auch genau erklärt, was es bedeutet, wenn Veränderungen eintreten. Dass man reinschaut ins Vertragswesen, dass man schaut, welche Bank macht einen Tilgungssatzwechsel und, und, und. Es gibt mehrere Möglichkeiten, darauf hinzuarbeiten, aber ganz wichtiger Punkt, achtet unbedingt auf die monatliche Rate, weil an die werdet ihr immer wieder erinnert, wenn es darum geht, die Finanzierung im Auge zu haben. Das sind meine beiden Tipps, die ich für euch habe. Also einmal, wenn es darum geht, wie viel Häuschen kann ich mir leisten, auf der einen Seite das Thema Gesamtvolumen, was bekomme ich von der Bank, da ist wichtig zu gucken, dass der Gegenwert möglichst optimal ist, wie ist eure Einkommenssituation und was bringt ihr an Eigenkapital, Eigenleistung mit rein in die Finanzierung, also das Konzept ist entscheidend. Und bei der zweiten Seite der Medaille sozusagen ist das Thema Einkommen wichtig, dass die Rate an die Bank wunderbar reinpasst in eure Lebenssituation und die zu erwartende Lebenssituation. Und vergesst dabei bitte auch nicht das Thema Nebenkosten. Nebenkosten, 2 bis 2,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche an Nebenkosten einzukalkulieren. Wenn ihr Hilfe dabei braucht, entweder klickt auf meine Seite, schaut euch die verschiedenen Rechner an, die wir dort haben, da könnt ihr wunderbar schnell rausbekommen, wie viel Budget, wie hoch ist die Rate, wie ist der Zins. Klickt da einfach mal rein, wie gesagt. Auf der anderen Seite, wenn ihr Hilfe braucht, um das Budget mal wirklich konkret für euch zu finden, nutzt unsere Möglichkeit, euch anzulegen bei uns im System innerhalb von 24 Stunden, bekommt ihr eine Antwort mit einem Finanzierungsvorschlag, der konkret auf eure Situation zugeschnitten ist. Wir helfen euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Umsetzung, beim Berechnen, beim Schauen, was für euch geht und wünsche euch bis dahin erstmal eine ganz, ganz tolle Zeit. Liebe Grüße aus Hamburg, euer Björn. Ciao, ciao! Vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich habe dir bereits hier auf der rechten Seite ein neues Video reingestellt, was ideal darauf aufbaut, auf dem, was du gerade gesehen hast. Und wenn du nie wieder Informationen verpassen möchtest zum Thema Baufinanzierung und Immobilien, abonniere meinen Kanal und bekomme immer als erster exklusiv die Informationen reingespielt. Dir alles Gute, alles Liebe aus dem Norden und bis bald, dein Björn Scheer. Ciao, ciao!